Hallihallo! Wir hatten so viel Spaß mit Tori. Der Abend war wunderschön. Es war einfach richtig gut moderiert, total flexibel. Wir haben so viel Spaß gehabt und wir als Brautfahrer, wir mussten uns quasi um fast gar nichts kümmern. Außer zu tanzen mit DJ Tanz und Tori. Man sieht es ja hier, ich bin komplett nass, aber es hat Spaß gemacht. Tori, du hast es super gemacht. Vielen lieben Dank, dass du da hast. Vielen Dank. Kann ich nur weiter empfehlen.